hallo hier ist der martin von meine monkeys dass die dax-handlöse für dienstag den 19.11.2024 und unser dax hat hier schön mal finger in die nase gesteckt hat mal oben dran rumgekratzt drüber geguckt über den freitag oder beziehungsweise war ja gar nicht drüber oben mal geguckt unten mal gekratzt dann 100 die hat eine positive szenario besprochen ein negatives szenario besprochen für das positive sollte oben drüber 250 280 und dann aber eben auch nach sondern auch danach nach 9 uhr nach 10 uhr nach 11 uhr neue tages hochsetzen um sich dann eben in die 340 und 420 rein zu bewegen das kam nicht hat das so nicht angespielt für das negative szenario hat man besprochen wenn er aus wie hat man gesagt wenn er direkt nach unten weg brezelt und unter die 100 fällt könnte das aktivieren hin zur 1950 und tiefer ja nun ist sie genau vor der 100 hochgedreht also so ein klassischer seitwärtstag eigentlich schön in der range mitte der range sich verkeilt und verkeilt ist falscher ausdruck also es ist sich festgerammelt wir stecken genau mittig zwischen dem was die us-wahl eigentlich was wir seit us-wahl hier anspannend vor uns haben ja das geht die ganze zeit jetzt hier schon hin und her und das seit fast drei wochen seit anfang november auch wenn die us-wahl paar tage später war aber das so ein bisschen die range die uns noch beschäftigt auf der ebene sieht es natürlich ein bisschen noch nach einer politischen korrektur formation aus ja das muss man sagen wenn es abwärts gerichtet ist von den hochs und tiefs aber so krass zusammenschrammt sieht man sowas häufig bevor es dann richtig nach oben raus plaut aber muss da auch aktivieren mit einem bruch oberseitig aus dem muster also muss dann wirklich auch die ganzen hochs herausnehmen und würde sich das dann aktivieren können solange das jetzt nicht ist sollte man nicht zu euphorisch da drin sein denn entfallen das muster solange es nicht spricht setzt sich vom muster erstmal fort und könnte sogar noch mal ein neues tief raus geht jetzt hat er hier im tageschart eine rote tageschart reingestellt das heißt er könnte theoretisch das jetzt nach unten an leiten aber der ist so hummelig jetzt hier rammt sich hier richtig am mittleren band weg tue ich mich schon ein bisschen ich gucke mal dass es im kleinen ist dass es uns gerade im tageschart angeguckt haben also das jetzt nach unten raus zu analysieren das fällt mir schon ein bisschen schwerer eher würde ich hier sagen man kann noch mal die 270 2 250 270 nach oben als signalgeber geben nehmen vielleicht in das gap rein und dann zusammenbruch ja also 340 420 ist mir weiterhin wichtig wenn wir über die 250 270 drüber kommen das auf der oberseite und unten also würde ich auf jeden fall dann hier eine art trendlinie ziehen ja dass man sich das begrenzt das liegt jetzt hier ein bisschen tiefer heißt so 1980 das wäre jetzt noch nicht schlimm wenn er gleich wieder hoch dreht geht aber tiefer könnte sogar 1950 noch bedienen ja dann auch bloß wieder hoch drehen es ist halt in der range um alles einfach ein bisschen bisschen schwieriger griffig halt na ist nicht so nicht so schön dynamisch nicht so schwungvoll sondern eher mehr dieses rumgeklecker und gesteche und fehlsignale die sich dann eben auch ein bisschen häufen das macht es mir jetzt schwieriger hier unten irgendwo nen go raus zu geben weil ihr seht das eigentlich müsste man jetzt fast sagen unter 1950 unter 1970 unter 1950 gibt er das signal nach unten ja tue ich mich ein bisschen schwer also ich würde da einfach sagen wir nehmen die 19100 weiterhin mal ein bisschen als warnsignal marke insbesondere wenn er die auch von unten kommen dann wieder abwehrt nach unten und ich glaube am dienstag ist das gefährlichste was er machen kann am vormittag ein tief anstechen mit mittag nicht viel hochkommen und dann zum nachmittag da noch mal unter die tiefsten hunde buddeln weil das das geht immer ein bisschen allergisch also da kann er ganz schön wegnudeln ich glaube das war auch so ein dienstag genau das war auch das da haben wir das genauso gesagt mit diesem nachmittag bei der nachmittag neue tiefs macht und dann kam mir so ein richtiger fetter satz und das würde hier an sich auch ein passen mit dem unterschied dass der satz dann halt auch wirklich mal richtung 1800 schon gehen kann also wenn der im vormittag 1950 ansticht und er macht eine träge erholung bleibt unter der 19100 und geht zum nachmittag unter die 1950 drunter kann man fast 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 auf ein neues quartals tief spielen das ist so ein bisschen das risiko was er unten hat trotz dass es eine bullige formation ist und trotz dass hier auch bullig aussieht na also das könnte dann zum beispiel auch so laufen dass er dann hier unten wieder ein tief setzt dann wieder nach oben zieht noch mal runter kommt und vielleicht das so lange macht müssen wir das ding hier irgendwann mal abgearbeitet haben ja und dann dreht er sich von hier dann richtig flott nach oben ich hoffe nicht dass das dann erst januar kommt wenn trump der präsident ist ja also insofern wissen geire ja sollte man sich darauf einstellen das erwartungshaltung bisschen anpassen da darf es dann nicht sein dass und das neben mir momentan war gerade von denjenigen die jetzt ein bisschen neu auch beim training da sind seitwärtsphasen sind oft so ein bisschen psychisch anstrengend ja also durch dieses hin und her und angesteche und doch nicht und wieder eingedrehen verlieren da viele schnell so ein bisschen die nerven und werden ein bisschen aggressiver machen mehr trades machen höhere einsätze und verfummeln sich so auf der stelle eigentlich dann oft ziemlich viel kohle ja und wer wem das nicht liegt sowas ja der muss da einfach sagen okay wir sind ja noch in der range in der range also in in dem bereich in dem der markt dieses verhalten zeigt bleibt das doch so ja also das würde sich erst ändern wenn der markt aus diesem bereich raus geht und dann kann man um es leichter zu machen sagen okay ich werde erst mal den bereich so für mich nicht mehr aber das ist halt nicht das was ich mag warte bis er dann unten oder oben ausbricht und gehe dann wieder mit in die trend folge das kann man machen ja aber auf keinen fall sollte man sich hier irgendwie zu verrennen und dann wutschnauben versuchen da irgendwie wieder das auszugleichen weil man das persönlich nimmt was der markt macht dass es nicht das richtige vorgehen ja das vielleicht noch als kleiner hinweis weil relativ viele jetzt offenbar auch mit dabei sind die spekulieren jetzt hier auf den großen short mit mit schwamm ja also das das haben wir schon bei uns gemerkt das sind relativ viele neue gekommen oder auch alte wieder gekommen die jetzt ihre großen chancen auf der unterseite wittern ja großen short zu partizipieren und das ist halt naja dann verhält sich der markt halt so ja wenn die alle drinnen rum fuchteln dann stößt er sich immer mal gerne die hörner ab und fuchtet sich irgendwas seitwärts zurecht das hat er schon immer so gemacht ja also wenn viele leute reinkommen egal ob ukraine krise oder wie auch immer und dann kommt hinten raus meistens sogar noch ganz anders als alle denken und der markt macht irgendwas irrationales was dann keiner in dem moment erwartet oder daran denkt was auch nicht zu den nachrichten anpasst ja und dann hauen sich da alle die depots kaputt und der markt hat hat es wieder geschafft dass er eine gruppe von menschen um ihr hart erarbeitetes geld und erspartes gebracht hat und shiftet das einfach nach oben zu denen die eh schon genug haben ja und da einfach ein bisschen aufpassen ja dass man sich da selber nicht triggern lässt wenn man darauf achtet und dann auch sagt ok nee gut ich werde jetzt hier gerade getriggert ich lasse heute mal mit traden ich gucke mir das morgen nochmal an dann kommt man da so ein bisschen von weg halt dann kann man das besser kontrollieren und versuchen mit dem mit dem markt das dann einfach zu machen ja dass man dann auf die andere seite gesprungen kommt aber das muss man aktiv selber angehen gut freunde ja ihr merkt schon ich quasi hier nur noch drum rum wir haben zum dachs hier nichts mehr zu ergänzen wie gesagt passt ein bis aufs dienstagstief nachmittagstief auf ja das ist das einzige was ich hier als gefahr sehe und wenn er sich mal gut macht wenn er sich mal mühe gibt der kann auch das geld zu machen also dass das wäre eigentlich auf das bewegungsbild ist auch nicht so unüblich und das dürfte sogar mit noch einem kleineren tief eingeleitet werden das wäre nicht verboten aber dann man muss das ein schnelles tief werden schnell runter zack wieder hoch und dann mal raus und dann könnt ihr morgen die 4 20 klar machen wenn er das so macht wobei sollte dann eben keine neue nachmittags tief zum dienstag bringen das kriegt das sonst nicht in der dax gut ich mache aus wünsche euch was gutes klingen hören uns morgen wieder tschüss